Nur damit du Bescheid weißt, den Fernseher kannst du dir abschminken. Und das Cabrio, behalte ich auch? Und die Ferienwohnung gehört sowieso mir, da mache ich keine Kompromisse. Und die Katzen, die siehst du niemals wieder. Die ganzen Bilder, die lasse ich morgen früh gleich einpacken. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Und die Küche? Bleib bei mir. Ja, besuchen auch Sie die große exklusive Küchenausstellung in Efringen-Kirchen. Darwin-Bucher-Küchen. Meine Küche.